Bündnis Sarah Wagenknecht, Europawahl einfach erklärt. Wir schauen, vielleicht ist das ja auch richtig gut. Sarah Wagenknechts Partei BSW tritt am 9. Juni 2024 zum ersten Mal bei der Europawahl, zum ersten Mal auch überhaupt, bei einer Wahl an. Laut Wahlumfragen stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, dass BSW mindestens einen Sitz im Europawahl mitbekommen könnte. Und was in dem Europawahl steht, das erkläre ich euch jetzt. Die Plakate sind Sarah und ihr ist die EU egal. Aber an sich sind die Plakate leider gut. Sie sind sehr, also ich finde vom Designtechnischen sind die nicht schlecht gemacht. Leider. Hi, ich bin Marvin, Politik- und Sportjournalist. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, abonniert gerne für mehr Wahlprogramm-Videos zur Europawahl. Das BSW-Programm ist mit gerade mal 20 Seiten ein, ja, doch eher kurzes Wahlprogramm, wenn man es mit dem Programm der größeren Parteien mal vergleicht. Und die Partei rund um Wagenknecht fokussiert sich in ihrem Programm ganz klar. Nö, die ist halt so, Wagenknecht denkt sich so, ja, okay, am Endeffekt machen wir eh das so, für wir am besten bezahlt werden. So von Russland halt. Auf Außenpolitik, soziale Geräte. Äh, hä? Von Russland halt? Also, das ist doch dumm, das ist unglaublich dumm, weil das, ich frage das auch so auf die Leute, könnt ihr mir mal einen Beleg geben, dass diese Partei oder sie als Person von Russland finanziert, das, bitte sag nicht, dass das so dumm jetzt die ganze Zeit in diese Richtung geht. Deswegen, wir brauchen uns gar nicht dazu, darum bemühen, irgendwie in diesen Mainstream-Laborativen zu bleiben oder irgendwie Abstand zu pro-russischem Dumpen oder so zu sagen, wir werden eh in der Form diffamiert, egal was wir tun. Okay, äh, 40 Sekunden, okay, ja gut. Gerechtigkeit, das Thema Migration und EU-Finanzen. Und falls sich mal fragt, warum zum Beispiel WSW hier ein eigenes einzelnes Video hält, obwohl es doch noch eine recht kleine Partei ist, das liegt daran, da ich zu jeder Partei, die laut Wahlumfragen eine realistische Chance hat, in den Bundestag einzuziehen, sozusagen da jeder Partei ein einzelnes Video gebe. Grundsätzlich macht die Partei in ihrem Programm aber die aktuelle internationale politische Situation zum großen Thema, also vor allem die Kriege. Sie finden, dass die EU sich aktuell zu sehr auf Militär konzentriert und dass sich die EU viel eher auf Friedensprojekte und Diplomatie zurückpresent. Ja, weil das ja auch immer so einfach ist. Weil das ja auch immer so super gut funktioniert. Weil Diplomatie mit jemandem, der Angriffskrieg betreibt, auch einfach super easy ist. Das ist immer so, ach, ja, Wasserfangenknecht ist da ja eh schon ein beschriebenes Blatt, was sowas angeht, ne? I don't know. Der Text ist nicht so schön, aber der Text ist mir gekleid, man kann dadurch kaum lesen. Ja, aber ganz ehrlich, das reicht doch. Also die haben zumindest ein Gesicht drauf und das ist schon leider ein erster Punkt. Die Farben sind gut gewählt und es ist direkt ansprechend. Und dann kommt man vielleicht dazu, dann die auch zu lesen. Weil es gibt auch Plakate, da fängst du gar nicht an, den Text zu lesen. Zum Beispiel bei der FDP. Wenn einfach weiß auf schwarz-weiß ist. Natürlich ist da auch die Aktistaktion immer drauf, aber am Ende sind die schwarz-weiß und gehen nicht so ins Auge direkt. Ich finde, das ist bei Bündnis A. Wagenknecht relativ gut gelöst. Leider. Ich wünsche auch, die würden Menschen nicht damit erreichen. So, und das einerseits haben die echt gute Plakate und leider hat die AfD halt auch wieder Plakate, die ansprechen. So, die haben halt dann diese emotionalen Plakate. Wie sie halt immer machen, halt ihren scheiß Populismus. So, der Inhalt ist zwar rotz, aber am Ende des Tages sprechen sie damit Leute an. Und dann kommen irgendwie so die SPD und Grüne Plakate, die sind irgendwie so komplett nichtssagend. Die linken Plakate sind zumindest irgendwie von den Messages okay. Aber da ist das Design, warum ist da auf dem einen Plakat so ein Bär mit Geldschein in schwarz-weiß? I don't fucking know, niemand weiß das. Und die sind irgendwie auch nicht so supergeil gelungen, finde ich. Aber ich bin jetzt auch nicht komplett in Werbe gedünstet drin, aber das ist so meine oberflächliche Meinung von den Dingern. Die EU ist jetzt nicht so sonderlich mächtig? Was? Die EU ist jetzt nicht so sonderlich mächtig? Das ist doch nicht ernst gemeint, oder? Ja, was heißt nicht mächtig? Also die Macht in der EU hat der Europäische Rat, der ist desouverän. Wenn der Europäische Rat morgen beschließt, alle EU-Verträge sind ausgesetzt und wir gründen ein komplett neues Bündnis, dann ist das so. Daran kann auch kein anderes Gremium was ändern. Also ja, so gesehen haben die Macht letztendlich immer noch die Mitgliedstaaten. Theoretisch, theoretisch. In der Tagespolitik zieht die EU-Kommission und der EuGH immer mehr Kompetenzen auf sich. Aber das ist halt nicht das, was im Ausnahmezustand der Fall wäre. Also die EU, die lässt sich deswegen meiner Ansicht nach immer noch reformieren. Und diese immer weitergehende Bürokratisierung, die kann man auch per Reform rückgängig machen. So sehe ich das zumindest. Und so sieht das BSW das ja auch. Ich meine, das BSW fordert ja keinen EU-Austritt. Nee, das nicht. Nur ich finde halt, also jetzt sich so hinzusetzen und sagen, ja, also eigentlich ist die EU ja gar nicht so mächtig. Klar, die Staats- und Regierungschefs, die da im Rat drin sitzen, haben natürlich den zentralen Einfluss. Nur wenn wir uns mal angucken, wie viel man an Gesetzgebung im nationalen Rahmen hat, die ja eigentlich nur die Umsetzung europäischer Vorgaben, europäischer Verordnungen und ähnlicher sind, dann muss man doch schon sagen, dass von der europäischen Ebene der Großteil des Alltags eigentlich bestimmt wird. Definitiv, definitiv. Deswegen würde ich halt die Aussage so nicht stehen lassen, wie die EU ist ja eigentlich. Ja, natürlich, das passiert auf EU-Ebene. Wenn du so rumformulierst, ja, definitiv. Aber letztendlich sind das alles kollektive Entscheidungen der Nationalstaaten, weil alles durch den europäischen Rat muss. Und der das eigentlich mächtige Gremium ist. Also wenn in der EU was falsch läuft, dann immer, weil die Nationalstaaten das genau so wollten. Merkel ist schuld. Ja, sie haben den meisten Einfluss an Deutschland und Frankreich. Du hast ja auch gesehen, die EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, die wurde nicht vom Parlament gewählt, also im Parlament musste sie dann bestätigen, aber die wurde ja von Merkel und Macron im Hinterzimmer ausgekungelt. Ja, das ist richtig. Siehst du, da ist an so einer kleinen Pointe doch nochmal ein bisschen Wahrheit dran. Okay, ich mach mal weiter. Bisschen mehr. Ich hätte ja gern so am Ende des Tages irgendwas so ganz ohne Grenzen. Und vielleicht schafft das ja so in den Schritt in die richtige Richtung. Kann auch sein, dass nicht, aber hey. ...de verstärkte Zusammenarbeit der europäischen Länder in verschiedenen Bereichen, wie aber zum Beispiel Digitalisierung, Umweltschutz und ganz, ganz wichtig für Sie, bei der Finanz- und CDU. Ja, die CDU-Plakate finde ich aber auch sehr nicht zeigen. Keine Ahnung. ...Marktregulierung. Zusammengefasst, weniger EU, mehr nationale Souveränität. Also, starten wir aber mal mit wirtschaftlicher Vernunft. Hier ist vor allem ein Punkt interessant, der fast wie so ein Punkt aus dem FDP-Programm klingen könnte. Zitat. ...eine länderübergreifende europäische Kooperation für Zukunftsinvestitionen in Innovationen und eine moderne Infrastruktur und die Förderung innovativer Schlüsseltechnologien für eine klimaneutrale, naturverträgliche Wirtschaft. No, das wäre zumindest nett, ja. Wenn wir da mehr zusammenarbeiten, ich finde das sehr nice. Vor allem möchte BSW aber, dass die EU viel, viel mehr in kleinere und mittelständische Unternehmen investiert. Zur EU-Schuldenbremse haben sie auch eine klare Meinung. Zitat. Die EU-Schuldenregeln bremsen nicht die Schulden, sondern die Investitionen. Deutschland und Europa... Schuldenbremse generell, Trash. Das ist ja auch das, wo die FDP so dran festhält. Ist halt auch so lächerlich. So, wir müssen jetzt investieren, damit wir am Ende nicht 80.000 Milliarden Schulden machen, weil wir halt vorher nicht investiert haben. So, gerade was Klimasachen angeht. Wir werden halt... Also, wir werden hart unter dem Klima leiden und halt eben auch die Wirtschaft. Wenn das für mich immer so ein bisschen zweitrangig ist. Aber auch die Wirtschaft wird darunter leiden. Und das ist doch viel smarter, jetzt schon da rein zu investieren und sagen, okay, wir halten eben bis jetzt schon auf, damit wir später nicht komplett darunter leiden. Müssen zur goldenen Regel zurückkehren, die Kredite im Umfang der Investitionen ermöglicht und dabei eine gemeinsame Definition von Investitionen etablieren. Es ist kein Zufall, dass die Schuldenquoten in EU- und Euroraum 2019 nach einem Jahrzehnt der Kürzungen immer noch über dem Niveau von 2008 lagen. Denn die Kürzung von Staatsausgaben verhindert den Schuldenabbau, wenn sie zugleich die Wirtschaft abwirkt. Außerdem wollen sie, dass Unternehmen in der EU einheitlich besteuert werden, sodass es kein, Zitat, Steuersenkungswettbewerb unter den jeweiligen Staaten gibt und sich... Ja, das finde ich grundsätzlich nicht schlecht. Also, wir haben ja also sehr, sehr verschiedenste Steuersysteme innerhalb der EU. Und wir haben ja in Deutschland eine sehr, sehr hohe Einkommenssteuer, was ja eigentlich auch kacke ist. Es wäre irgendwie schön, wenn die so ein bisschen gesenkt werden würden. Andererseits möchte ich aber, dass so Reichensteuer, Erbschaftssteuer und so weiter dann höher besteuert werden. Aber ja. ...die Einzelstaaten mit niedrigeren Steuern sozusagen unterbieten immer wieder. Also, was ich jetzt gerade ganz spannend finde, am Anfang war der Tenor, oh nee, die Blöden von BSW sollten am besten gar nicht... Das ist voll traurig, dass sie so gut dastehen. Bisher kommt ja eigentlich sehr viel Positives. Also, sehr viel Zustimmung. Ja, aber Wirtschaftspolitik ist für diese Leute nicht so wichtig. Das musst du dazu wissen. Ja, deswegen meine ich, das wird sich bestimmt noch ändern. Naja, Identitätspolitik spielt, glaube ich, in dem Video hier von Marvin Neuwand keine große Rolle. Also, ich wüsste nicht, wie sie das noch anbringen könnte. Da hast du ja gerade gehört, Außenpolitik, da wird das BSW von Putin bezahlt und als nächstes wahrscheinlich noch von China, wenn das kommt. Ja, ja, ja. Die BSW ist der Meinung, dass zu viel Geld in undurchsichtige Projekte, die Unternehmen mit starken Lobby- und Einflussmöglichkeiten reich machen, fließen würde. Das ist aus deren Mund ein bisschen lustig, aber gut. Und sie finden, dass das EU-Geld, was wieder an die Mitgliedstaaten ausgeschüttet wird, viel mehr in regionale Wirtschaften fließen soll. Und wenn wir bei dem Thema Wirtschaft sind, sie wollen Öl- und Gaslieferungen aus Russland wieder aufnehmen und langfristig mit Russland. Ja, guck mal, das ist halt Trash. So, da ist dann für mich so, da kann ich, da gehe ich dann auch wieder komplett, ne? Also, weiß ich nicht. Wann ist man reich? Also, ich glaube, die Linken hatten da eine ganz coole Grenze. Ich weiß aber nicht mehr genau, was die war. Aber selbst wenn wir die reichsten zwei, eins oder zwei Prozent nehmen und die dann besteuern, ist das schon genug, tatsächlich. Und ein Vertrag. Also, kommt jetzt nur, bezogen auf die Gaslieferung, das ist Trash. Da bin ich raus. Mir wurde versprochen, sie würde total viel rumschwurbeln. Also, bisher geht's ja noch, abgesehen von dem Russland-Taker am Anfang. Okay, okay. Sie sind dafür, den Verbrennermotor auch in Zukunft beizubehalten in der EU und wollen in ÖPNV und Auch total bescheuert, warum brauchen wir den weiterhin? Das wäre nicht gut. ...öffentliche Infrastruktur investieren. Sie setzen außerdem auf den Aufbau einer europäischen Wasserstoffwirtschaft als Grundlage für die Industrieproduktion und die Arbeitsplätze der Zukunft. Und Handelsabkommen mit einzelnen Staaten, wie zwischen den USA und der EU Das ist halt krass, also ich finde gerade diese Russland-Nähe, finde ich halt so richtig heftig wieder. Aber das ist ja nicht mal zwingende Russland-Nähe. Also, wenn man sich die außenpolitische Position anguckt, dann möchte man doch einen eigenen Block bilden. Man möchte souverän gegenüber den Amerikanern sein, aber auch souverän gegenüber den Russen und souverän gegenüber den Chinesen. Also, ich verstehe halt immer nicht, warum man daraus eine Russland-Nähe herbei fantasiert. Wer gegen die unipolare Weltordnung ist, der ist russlandnah. So einfach ist es. Ja, das ist doch dumm. Also, das ist doch dämlich, das so zu formulieren oder das so zu denken. Das ist doch denkfaul. Es ist herrschende Linie. Ja. Ja. Naja. Also, du merkst es geopolitisch vollkommen naiv. Das ist bei dieser ganzen Burken-Twitch-Bubble. So egal, wen von denen du dir da anschaust. Also, sobald du mal irgendwas gegen die Außenpolitik der USA sagst, sobald du mal sagst, wir sollten vielleicht nicht so viele Waffen in die Ukraine liefern oder wir sollten mal auf unsere nationalen Interessen schauen und keine Wirtschaftskriege gegen andere Länder, sei es Russland, sei es der Iran, sei es Venezuela, sei es Afghanistan, sei es Syrien. Wir sollten so etwas nicht beginnen. Wir sollten schauen, dass wir günstig Rohstoffe kriegen und wir sollten schauen, dass hier die Industrie erhalten bleibt. Ja, russlandnah. Also, selbst wenn du sagst, du willst auf deine eigenen nationalen Interessen schauen, wenn du es exakt so begründest, ohne da ein konkretes Land zu nennen, russlandnah oder sonst irgendwas. Okay. Also, das hört sich ja so an, als wenn man hier, wenn man auf diese Leute häufiger reagiert, doch zum einen ein bisschen Puls bekommen kann und zum anderen aber auch sehr viel Content, sag ich mal, hat, mit dem man arbeiten kann. Bis es einem dann reicht. Okay, ich mache weiter. Wir sollen gleich für die Union und die erste Hochseer, ja. ...berechtigt und fair sein. EU-Handelsabkommen, wie das nicht abgeschlossene Abkommen mit den USA, TTIP, das EU-Abkommen mit Kanada, ... Na, hast du zugehört? Hast du eben zugehört? Das ging gerade eben darum, was sie mit Russland vorhaben. Ja, klar. Also, ich kann nicht... Und? Achso, warum sie da so ist, ja. Das ist eine gute Frage. ...und das Dienstleistungsabkommen, TISA, haben uns die erheblichen sozialen, ökologischen und demokratischen Defizite der internationalen Handelspolitik vor Augen geführt. Sie orientiert sich an den Interessen multinationaler Konzernen und verstärkt... Weißt du, was ich spannend finde? Hier war ja eben im Chat da diese Frage, warum ist diese Russland nah, wo drauf eingegangen wurde? Und die Frage wurde ja anfänglich so interpretiert, dass das, ähm, dass man nach einem Beleg für diese Russland-Nähe gefragt hat. Und eine richtige Aussage kam jetzt gerade ja eben auch nicht bis auf, ja, hast du nicht gehört, was gerade gesagt wurde? Also, das ist ja auch... Also, man wehnt sich da moralisch irgendwie auf der richtigen Seite, aber kann das dann ja auf Nachfrage überhaupt gar nicht mit einem Argument unterfüttern? Ja, ja. Also, für dich ist das gerade wahrscheinlich alles total normal und du weißt das alles, aber ich seh das jetzt gerade so mit das allererste Mal und ich, für mich, äh, da eröffnet sich gerade irgendwie eine ganz neue Perspektive und ich find das sehr erschreckend. Und von diesen Streamern gibt's auf Twitch 10 bis 20 Stück. Das ist, äh, das ist nicht mal die größte oder bedeutendste, das ist einfach irgendeine, wo mir ein Zuschauer so eine Reaktion zugeschickt hat, eben gerade. Also, da wirst du jeden Tag wahrscheinlich was finden, wenn du nachsuchst. Und ich entdecke immer neue. Also, ich hab, äh, letztens auch auf so einen, also so einen ganz neuen Twitch-Streamer gesehen, so einen Borken, der wahrscheinlich auch schon länger streamt, den ich bisher nicht mitbekommen habe, äh, der mich und Nemesis, das ist auch jemand, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, als transfeindliche Bastarde beschimpft hat. Und, sieh, jetzt komm, dieses Trans-Thema, das war nicht einmal Thema in dem Gespräch zwischen Nemesis und mir. Also, der hat einfach so aus dem Gedächtnis oder sonst woher das aufgegriffen und mich und Nemesis so zu beschimpfen. das ist ja aber auch spannend, dass die sich scheinbar jede Beleidigung erlauben können und dann ist das in Ordnung. Aber wahrscheinlich, wie man sagt, irgendwie etwas, was wesentlich harmloser ist. Da kann ich mir vorstellen, fliegen die, äh, Unterlassungsklagen und Anzeigen wahrscheinlich relativ schnell. Nee, das gar nicht mal. Das wird auf Ebene von Twitch geklärt. Erwin wurde vor kurzem demonetarisiert. Wegen, ähm, Missinformationen oder wie das genau hieß. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich hab das am Rande mitbekommen. Ich hatte deswegen auch tatsächlich eine Zeit lang gar nicht mehr auf Twitch gestreamt, weil ich das, weil ich das halt ziemlich von der Plattform nicht so gut fand. Ähm, und, ja, ich weiß aber gar nicht mehr, ich, ich seh nur mit dem Zweitkanal screamt er jetzt irgendwie immer, weil er da wahrscheinlich nicht demonetarisiert ist. Den hat er extra gegründet, weil, um sich wieder zu monetarisieren. Aber das funktioniert dann auch. Da hätt ich jetzt zum Beispiel gedacht, dass Twitch dem auch einen Riegel vorschieben würde, weil es ja gleich eine Person ist. Ist ja nicht. Spannend. Mal gucken, ob das dann irgendwann wiederkommt, wenn er wieder eine gewisse Größe erreicht hat, aber ... Ist ja immer so, die Versuchung, eine Steine in den Weg zu legen und du kannst dann gucken, brauchst du dich zu klagen oder versuchst du quasi, um diese Steinchen rumzuspringen und musst halt schauen, was klüger ist. Für eine Klage brauchst du Geduld und Geld vor allem. Geld, ja. Naja, genau, das ist dann ja die Frage, ob man sich das leisten kann, für 10, 20.000 irgendwie so eine Klage da durchzufechten oder sogar noch mehr. Ich kenne mich damit nicht aus. Okay. Ungerechtigkeit und Armut im globalen Süden. Wir wollen stattdessen regionalen Märkte und Ernährungssouveränität fördern. Handelsabkommen, welche die regionale Integration und den Aufbau von Märzschöpfung vor Ort behindern, lehnen wir ab. Das BSW findet die EU aktuell nicht sozial und ist der Meinung, die heutige EU, ich finde, ich finde, Bündnis A. Wagenknecht nicht sozial, zumindest was queere Menschen angeht, zum Beispiel. Jetzt, schalte ich auf Pause. Big Business ein, Europa in Europa in Europa in Europa. Okay, sie hat es schon gesagt, wo es um queere Menschen geht, gibt ja kein anderes Thema, aber sie hat doch gerade allen wirtschaftspolitischen Forderungen zugestimmt. Schuldenbremse ablehnen. Ja, und vor allem, jetzt kommt ja auch gerade irgendwie so ein sozialer Punkt noch, der ja gerade Sozialpolitik, wurde ja gerade angekündigt, also könnte man ja erst mal abwarten, aber bezogen auf queere Menschen, nicht sozial, also wo, sagt das BSW, dass das BSW queere Menschen zum Beispiel bei Sozialtransfers schlechter stellen würde. Das wäre dann ja diskriminierend oder nicht sozial, aber das steht doch nirgends. Also, Marlon, du verstehst das nicht. Das BSW ist dagegen, dass jeder Mensch jeden Tag 50 Mal sein Geschlecht wechseln kann und damit ist es halt trans- und queerfeindlich. Ja, oder einfach Menschenverstand, so. Nee, das darfst du nicht sagen. Jetzt bist du auch trans- und queerfeindlich, also. Also. Ja, so einfach ist es. Es tut mir leid, aber ich verstehe das nicht. Also, ich kann es nicht so nachvollziehen, weil man kann sich doch sachlich, also, das ist wirklich nur so, dass man sich auf diese emotionalen, moralischen Themen irgendwie bezieht und sobald du einmal nicht so ganz auf deren Linie bist und abweichst, bist du sofort deren Feind oder läuft das wirklich so ab? Ja. Ja, Okay, interessant. Ich habe nicht gedacht, dass das so wild so schlimm ist. Okay, dann mache ich mal weiter. ...dem die soziale Ungleichheit wächst, viele Arbeitnehmer von ihrem Einkommen nicht mehr gut geben, dass es uns und Mittelständler sich von der Politik im Stich gelassen fühlen. Deshalb fordern Wagenknecht und Kno und Co., dass der Mindestlohn in allen EU-Ländern mindestens 60% des medianen Lohnes von Vollzeit beschäftigen wird. Und BSW sagt, dass das in Deutschland ca. 14 Euro werden. Das wäre auch mal gut, ja. Vor allem wäre das doch auch eine Sache, die eben den angesprochenen queeren Menschen helfen könnte, weil so weit, ich habe zumindest am Rande mal mitbekommen, dass gar nicht so wenige aus dieser Szene ja auch zu nicht unbedingt besten Löhnen arbeiten. Also wäre das doch eine materialistische, reale, ökonomische Verbesserung sogar potenziell für viele Leute aus ihrem Umfeld oder den Leuten, die sie nahesteht, oder? Ja, ich glaube, das sind über 8 Millionen Arbeiter, die für einen Lohn unter 14 Euro arbeiten in Deutschland. Das ist ein relativ hoher Anteil sogar. Ja. Und wir wissen ja aus den Anfragen der Linksfraktion damals noch, dass du in Deutschland, also damals waren es 12,63 Euro, heute werden es eher rund 15 Euro sein, die du bräuchtest über 40 Arbeitsjahre hinweg. Also du darfst nicht, kein einziges Jahr arbeitslos sein in der Zeit und musst Vollzeit gearbeitet haben, damit du bei deiner Rente auch nur Grundsicherungsniveau erreichst. Also nicht über Grundsicherung, sondern wirklich nur Grundsicherungsniveau. Und allein deswegen sollte man den Mindestlohn schnellstmöglich auf 15, am besten 16 Euro anheben. Also 14 Euro, die wären auch nur eine Zwischenstufe. Also beim aktuellen, wie gesagt, beim aktuellen Lohnniveau eher 15 Euro nach der nächsten Bundestagswahl, dann sind Löhne und Preise wieder ein bisschen gestiegen. Also das ist ja jedes Jahr so, dass die Preise immer etwas steigen und die Löhne auch. dann eher 16 Euro. Also damit sollte das BSW dann auch möglichst in Wahlkampf gehen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Doch, doch, sehe ich ähnlich. Also ich hatte, du hattest glaube ich irgendwann auch mal vor, ich weiß nicht, einige Monaten oder so ein Video zu diesem Mindestlohn-Thema auf deinem Hauptkanal hochgeladen, wo du auch diese Frage eben behandelt hattest, weshalb der Mindestlohn eigentlich bei bei 16 Euro liegen müsste. Und ich finde, das ist eine vernünftige Forderung und man kann dann ja basierend darauf, ich bin der Meinung, dass das auch eine Position ist, die du vertrittst, auf Basis der goldenen Lohnregel diesen Mindestlohn dann eben entsprechend zu erhöhen, damit man dadurch ein dauerhaft moderat steigendes Lohnniveau in den unteren Lohngruppen hat, welches sich ja dann ja auch beispielsweise die Verhandlungsposition von Gewerkschaften stärken könnte oder auch die Verhandlungsposition von Einzelbeschäftigten, die können dann immer wieder darauf verweisen, der Mindestlohn steigt aber um so und so viel, also möchte ich auch mal mindestens diese Erhöhung des Lohns haben, damit man endlich auch diese ganzen Jahre und Jahrzehnte, wo wir kaum Lohnsteigerung hatten oder sogar faktischen Stagnation hatten, zumindest mal halbwegs ausgleichen kann. Vor allem hast du dadurch Planbarkeit. Also wenn du dir jetzt einmal auf 16 Euro anheben, damit der Mindestlohn auf einem vernünftigen Niveau ist, wo Erwerbsarmut abgeschafft ist und Altersarmut wirklich effektiv bekämpft wird, einfach dadurch, dass die Renten, die du bekommst, die orientieren sich ja an dem, was du vorher eingezahlt hast. Einfach um diese Probleme einmal zu lösen, den Mindestlohn einmal auf ein vernünftiges Niveau heben und danach die goldene Lohnregel. Dadurch haben die Unternehmen vor allem auch Planbarkeit. Also jedes Unternehmen weiß dann, wo der Mindestlohn in zehn Jahren liegen wird. Also die Unternehmen, die müssen dann nicht rätseln, welche Regierung kommt an, an die Macht, was wird irgendeine Kommission entscheiden? Nein, es gibt eine feste Regel und nach dem werden die Mindestlöhne angehoben. Und nur wenn irgendwelche wirklich extremen Schocks passieren, kann man dann davon abweichen. Also keine Ahnung, Naturkatastrophen oder extrem hohe Inflation, explodierende Rohstoffpreise, irgendein Schock, mit dem man nicht gerechnet hat und der dann Anpassungen notwendig macht. Aber in normalen wirtschaftlichen Zeiten, die wir ja über die meiste Zeit, wo die Bundesrepublik bisher existiert hat, auch hatten, in solchen Zeiten sollte der Mindestlöhne nach einer festen Regel steigen. So wissen sowohl die Arbeiter als auch die Unternehmer ganz einfach, wo ihr Lohn in ein paar Jahren liegen wird. Zumindest der Mindestlohn. Also die Löhne, die da drüber liegen, die unterliegen da natürlich weiterhin dem, ja, der Tarifautonomie der jeweiligen. Vor allem ist es ja auch so, dass die Lohnstückkosten langfristig einen zentralen Einfluss auch auf die Inflationsentwicklung haben. Das heißt, auch dahingehend hätte man ja eine gewisse Sicherheit, was du ja eben angesprochen hattest, mit der Geschichte, dass man die Preisfestlegung auch aus Unternehmenssicht dann ja planbar organisieren kann. Ich würde da nochmal weiter. Das würde auch das Preisniveau stabilisieren. Ja, ich würde auch noch, und wäre für Investitionen natürlich auch interessant, weil die Planbarkeit ist ja eigentlich so mit das Zentrale. So, wenn man weiß, okay, in den nächsten zehn Jahren, wenn jetzt keine von dir angesprochenen externen Schocks dazukommen, dann ist das so der Plan, in diese Richtung würde es grob laufen. Kann man ja auch viel besser Investitionen tätigen oder nicht tätigen, wenn man sagt, okay, Geschäftsmodell, vielleicht klappt das alles nicht so, aber dann werden andere Investitionen tätigen. Nochmal ganz kurz, ganz kurz Stopp. Danke an Andrasta und der Rolle, dass ihr hier Abonnements verschenkt habt. Jetzt können sie weitermachen. Auch bei mir nochmal Danke an der Rolle für die zwei verschenkten Abonnements. Der ist ja fleißig. Ja. Das ist ja zumindest daran gekoppelt, wer über die Säure im Wohnbereich sowie der Wasser- und Energieversorgung will man stoppen oder einfach nicht weiter ausbauen. Und man möchte, dass es einen EU-weiten Mindeststeuersatz auf unternehmert. Und das ist aber eigentlich das Schutz von Beneiten. Hörst du die Rede von denen gehört zum Selbstbestimmungsgesetz, oder? Dem es Gewinne von 25 Prozent gibt. Und um mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen, will man auch... Sie war schlimmer als die AfD-Rede. So schlimm, dass sogar eingeschritten werden musste. Und bei der AfD-Rede nicht. Und wenn du das schaffst... Ich hab die Rede gehört. Wo muss sie denn da eingeschritten werden? Ich hab sie nicht gehört, aber ich... Mich würde es interessieren, was sie jetzt daran... ähm... als schlimmer ansieht. Also, Wagenknecht hat von einer Transideologie gesprochen, die nur der Pharmaindustrie nützt. Also, ich weiß schon, wovon Finesse sich da angegriffen fühlt. Ich kann dazu nichts sagen. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass... ähm... Ja, irgendwie im Vorfeld kritisiert wurde, dass man diese Einträge im minderjährigen Alter schon ändern kann. So, das ist eigentlich das, was ich mitbekommen hab. Ansonsten hab ich bei dem Thema, weil ich halt nicht drin bin, das auch nicht wirklich, äh... verfolgt. Aber eingeschritten werden muss... Also, die ganzen Grünen und SPD-Abgeordneten haben die ganze Zeit gepfiffen und irgendwelche Zwischenrufe gemacht. Aber eingeschritten, das hab ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht wurde ja eingeschritten, weil so viele gepfiffen und Buh-Rufe kamen und sie versucht es jetzt hier umzudrehen. Ich weiß, ich hab keine Ahnung. Fikulation. Lass einfach weiterlaufen. Ja. Das ist wahrscheinlich besser. Okay, das stimmt. Also, Vorminderheiten. Ah, okay. Ich hab Vorminderheiten. Ja gut, das stimmt. Auch die Einführung einer echten Finanztransaktionssteuer, um Spekulationen wie den Hochfrequenzhandel und gefährliche Finanzwetten mit Derivaten einzuschränken. Sagt die BSW. Frieden. BSW kritisiert, dass es ein globales Wettrüsten gäbe oder gibt und ihrer Meinung nach würde in der Außenpolitik zu wenig auf, Zitat, Ausgleich, Diplomatie und Entspannung gesetzt werden. Ich find, das ist so voll generisch und blöd, dass sie das halt... Also, grundsätzlich würde ich dem ja nicht mal widersprechen. So. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, ist ein Punkt. Und ja, wir sollten aufhören mit Waffenexporten und so weiter und so fort. Aber wir wissen ja gerade von Wagenknecht und Co., dass sie das auch so sehen, wenn gerade Menschen angegriffen wird von einem faschistischen Regime. Und an der Stelle müssen wir uns ja trotzdem verteidigen. Also, wir müssen ja trotzdem irgendwie in der Lage sein, uns vor... Hier bei mir im Chatbot hat geschrieben, dass die Zwischenrufer wurden wohl bei der Rede gerügt. Ach so. Aber klar. Also, wenn... Ich kann's nur aus dem Chat lesen, ich hab's selber nicht gesehen, aber das wär natürlich witzig, wenn diese Unterbrechung, die sie eben angesprochen hat, eigentlich dadurch entstanden ist, weil andere Leute halt reingerufen haben. Also, die haben die ganze Zeit reingerufen und auch richtig... Also, du hast ja bei der Bundestagsrede, wenn du dir das anhörst, hauptsächlich die Rednerin, aber du hast schon gehört, dass die da also wirklich heftig Radau gemacht haben müssen auf den Rängen. Ja, aber Russland als faschistisch zu bezeichnen, um jetzt mal auf den Punkt zu kommen, das ist so absurd. Also, Faschismus bezeichnet die offen terroristische Diktatur der reaktionärsten Elemente des Finanzkapitals. Das hast du in Russland nicht. Du hast in Russland einen autoritären Staat, definitiv, der Oppositionelle bekämpft, definitiv, aber du hast Wahlen, die auch offensichtlich zumindest, ja, wo Oppositionsparteien antreten können, wo die Stimmen fair ausgezählt werden. Also, es ist jetzt nicht so, dass die großflächig manipuliert werden. Du hast in einem gewissen Rahmen, also wie du natürlich in allen Demokratien in einem gewissen Rahmen, Pressefreiheit hast. Also, das ist keine offen terroristische Diktatur. Also, das ist wirklich albern. Was haben wir noch? Wenn Land angegriffen wird. Also, bin ich mal gespannt, ob Finesi demnächst Waffenlieferungen an die Taliban fordert, wenn die NATO mal wieder in Afghanistan einmarschiert. Oder Waffenlieferungen an Syrien, wenn der Westen wieder eine Regime-Change versucht. Oder Waffenlieferungen an Abachasien und Südostseetien, wenn Georgien sich mal wieder entscheidet, die zwei Teilrepubliken anzugreifen. Oder Waffenlieferungen an Transnistrien, wenn Moldau seinen Worten Trappen folgen lassen sollte und das angreift. Oder Waffenlieferungen an den russischen Verbündeten Armenien, wenn Aserbaidschan sich, ja, Teile des Staatsgebiets da einverleiben sollte. Ich meine, führende aserbaidschanische Politiker, die bezeichnen Armenien schon als Westaserbaidschan. Und Aliev persönlich hat schon gesagt, dass man sich zumindest die südarmenischen Provinzen holen werde, um eine Verbindung zu der aserbaidschanischen Enklave, also, brauche ich jetzt nicht so genau auszuführen, aber auf jeden Fall nach all diesen Äußerungen, nach den Angriffen auch schon auf armenisches Staatsgebiet, nach der Liquidierung von Bergkarabach beziehungsweise Atsach, hat Olaf Scholz Aserbaidschan als strategischen Partner von wachsender Bedeutung bezeichnet. Wichtigste Waffenlieferungen von Aserbaidschan sind, wichtigste Waffenlieferanten sind der NATO-Staat Türkei und unser enger verbündeter Israel. Das nur mal so am Rande. Also, ich bin gespannt, ob wir in all diesen Konflikten auch auf der Seite der Verteidiger steht. Ja, vor allem ist das Interessante ja auch, dass man in der Vergangenheit immer wieder Situationen hatte, in denen man geopolitische Gegner des Westens als wahlweise faschistisch oder neuen Hitler oder was, was ich bezeichnet hatte. Man muss ja nur mal gucken, was war mit Saddam Hussein, was war mit Muammar al-Gaddafi, was war mit Bashar al-Assad, Bashar al-Assad, genau, und jetzt Nasser Milozovic, also Ja, und Putin ist es dann jetzt, weil das natürlich vom Framing her gut klappt, weil du immer in diese Argumentation verfallen kannst. Also mit Hitler, da konntest und kannst du ja auch keinen Frieden machen. Das ist das ultimative Böse, was zerstört werden muss. Also kann man denn immer sagen, ja, also würdest du auch mit Hitler verhandeln und damit zerstörst du einen sachlichen, ruhigen Diskurs eigentlich von Minute 1 an. Und das ist schwierig. Also mit solchen Leuten dann zu diskutieren, ist wahrscheinlich nahezu unmöglich. Zumal das ja nicht mal ganz passt. Also die Sowjetunion beispielsweise, die hat ja bis Ende 1943 immer versucht, mit Deutschland zu verhandeln, aber Hitler hat halt Verhandlungen grundsätzlich untersagt. Also der Westen macht ja gerade das Gegenteil. Also Russland bietet die ganze Zeit Kompromisse an, bietet die ganze Zeit Verhandlungen an und der Westen sagt, nee, wir wollen nicht verhandeln. Also das kannst du ja nicht im Mindesten mit der Situation, also wie gesagt, der Vergleich Putin-Hitler ist sowieso komplett absurd, aber es ist ja gerade eher Russland, das verhandlungsbereit ist und der Westen, der sich Verhandlungen verweigert. Das ist ja die Situation, die man gerade sehen sollte. Und die russische Position ist nicht, wir wollen die Ukraine vernichten. Die russische Position ja, aber das wirst du als guter Tagesschau eher weniger mitbekommen. Sagen wir das mal ein bisschen despektierlich jetzt an der Stelle. Ich meine, das war ja selbst bei den Verhandlungen im März und April 2022, da war ja dieses Szenario, die Russen werden jetzt die gesamte Ukraine besetzen, das war ja vom Tisch, wie du richtig gerade gesagt hast, es ging um einen neutralen Status der Ukraine, dass die Ukraine eben nicht in den US-Block hineingezogen wird, sondern dass das ein Pufferstaat weiterhin bleibt, wenn schon nicht unter russischem Einfluss, dann immerhin ein Pufferstaat. Und die Verhandlungsposition der Ukraine war im März, April 2022. Ich glaube, soweit kann man gehen, das zu sagen, um ein Vielfaches besser als aktuell. Ich meine, wir sehen jetzt die Offensive auf Rakiv da oben im Norden. Mal gucken, was da passiert, ob das, wie sich das Ganze entwickelt. Aber die Zeit tickt nun einmal für die russische Föderation alleine schon, weil sie einfach viel mehr Menschenmassen verheizen können. Das kann man jetzt natürlich moralisch so und so sehen, aber das ist ja nur einmal die Situation. Also die russische Regierung verliert 5000 Soldaten, ja dann wird man einfach 5000 neue junge Leute aus Sibirien ranholen, die keine Perspektive haben und durch die Armee zumindest irgendwie noch eine Absicherung auch für die Familie hinbekommen. Es ist ja noch sehr viel schlimmer. Also wir kriegen ja aus der Ukraine viele Videos, wo Leute, die zwangsrekrutiert werden sollen, vor diesen Rekrutierern weglaufen und dann geschnappt werden, Schlag auf den Kopf bekommen und in irgendwelche Jeeps gezerrt werden. Solche Videos kriegen wir aus Russland gerade nicht. In Russland, da gab es im Herbst 2022 Zwangsrekrutierung. Da sind auch hunderttausend Leute völlig legal übrigens ins Ausland vorgefloten. Das darfst du in der Ukraine übrigens nicht, in Russland darfst du weiterhin völlig legal ausreisen. Aber danach gab es keine groß angelegten Zwangsrekrutierungen mehr. Also aktuell melden sich tatsächlich genug Leute, natürlich weil ihre sozioökonomischen Bedingungen total beschissen sind, weil sie keinen Job finden, weil sie in unterentwickelten Regionen leben und nicht wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Aber es melden sich genug Leute freiwillig. Das ist in der Ukraine nicht der Fall. Also Russland gehen die Soldaten nicht aus der Ukraine schon. Das ist die Situation. Wie auch immer man das jetzt finden mag, das ist die Realität. Also wenn der russischen Regierung irgendwie die Soldaten ausgehen würden, dann würden wir ja neue Mobilisierungswellen sehen, aber die sehen wir in Russland nicht. Und das ist ein sehr, sehr starker Hinweis darauf, dass der Ukraine zuerst die Soldaten ausgehen werden, selbst ohne neue Zwangsrekrutierung in Russland. Und das sind sehr schlechte Nachrichten für alle, die den Sieg der Ukraine sehen wollen. Wir sehen auch schon in vielen ukrainischen Städten Proteste gegen diese Politik der ukrainischen Regierung und das ist mitunter sehr gefährlich, da man in der Ukraine für Regierungskritik jahrelang ins Gefängnis wandern kann. Also das sind schon sehr beachtliche Zeichen. Und außerdem ist es jetzt ja gerade auch in der Diskussion oder nicht nur gerade erst, sondern schon seit längerem, dass die Ukraine ja gerne Männer im wehrfähigen Alter, die in europäische Staaten geflüchtet sind, eigentlich gerne wieder zurückhaben will. Und da hatte ich in einem Video letztens nämlich auch drauf Bezug genommen, dass der CDU-Ministerpräsident, ich bin der Meinung, es war von, oder aus Hessen, bin mir gerade nicht ganz sicher, gesagt hat, er könne ja nachvollziehen und verstehen, dass die ukrainische Regierung Soldaten braucht. Ich bin mal gespannt, wo wir da in ein paar Monaten vielleicht in der Debatte stehen. Ja, ich würde sagen... Die Pässe werden nicht verlängert, ja. Die Pässe werden nicht verlängert. Ich würde sagen, damit haben wir jetzt, glaube ich, alles Relevante zu Finessi gesagt oder meinst du, da kommt noch was? Ich habe keine Ahnung. Also, ich finde es schon interessant. Also, dieser Russland-Take, BSW wird von Russland bezahlt, das war jetzt das einzige Inhaltliche, was sie hatte. Und BSW sei transfeindlich, stimmt. BSW ist ganz schlimm transfeindlich, weil da während der Rede eingeschritten worden sein soll. Was zumindest hier im Chat gesagt wurde, aufgrund der Zwischenrufe von Leuten, die ihr ja eigentlich wahrscheinlich genehmer sind, kam. Ja, also beides... Ja, trotzdem, selbst wenn da irgend so eine Vizepräsidentin wäre, die da also irgendeinen Quatsch gesagt hat, also einschreiten kann, kann ja der Vizepräsident des Bundestages erstmal grundsätzlich, also ob das dann inhaltlich so gerechtfertigt ist, ist die andere Frage. Ja, ja, das ist... Ich glaube, da kommt nichts mehr. Oder wollen wir zu Ende gucken? Ich weiß es nicht. Nee, wir können's... Ich bin gerade tatsächlich mal am gucken... Ich... Weil ich... Das hatte ich nämlich irgendwo schon mal mit jemandem, ähm, das Thema, so was Transfeindlichkeit überhaupt jetzt als Definition genau bedeutet, weil das wäre ja erstmal wichtig, damit man basierend darauf gucken kann, ist eine Aussage, die vielleicht kritisch gegenüber einem entsprechenden Gesetz sich, äh, positioniert, ist das direkt schon transfeindlich? Oder ist das nur eine Kritik einfach an einer Form, wie ein Gesetz ausgearbeitet ist? Und das ist ja auch bei so Themen wie Antisemitismus oder anderen Sachen so, dass man ja teilweise gewisse Dinge gar nicht mehr kritisieren kann oder darf, weil direkt eine Gruppe von Leuten kommt und sagt, jegliche Kritik an dieser Sache ist automatisch Antisemitismus oder was für einen anderen Begriff man für irgendein anderes Thema nehmen möchte, einfach nur um überhaupt mal eine offene Diskussion darüber direkt zu verhindern, um das in einen Frame zu setzen, ja, das ist in Anführungsstrichen böse, also müssen wir darüber ja gar nicht reden. Das hat doch unser Lieblings-Streamer Dara auch schon rausgefunden, wer die Walken sagt oder meint, wir müssten die Walken aufhalten, wer meint eigentlich die Juden, hat Dara gesagt. Also... Ich hab den Clip gesehen, ja. Ja, also Kritik an den Walken ist Antisemitismus, damit ist das auch geklärt. Verrückte Welt, verrückte Welt. Ja, naja. Hast du noch irgendwie...